Ich finde Lava-Party hört sich gut an. Ja, wir haben zu viel Zeit für das eine Lave. Okay, das ziehen wir jetzt durch. Ich freue mich. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Da, geh mal rein. Oh Gott, zwölf Minuten. Das muss ganz schön schwer sein. Und nur zwölf Leben. Wie fünfzehn? 15 Leben. 15 Leben. 15? 15. Hast du nur zwölf? Ne, ne, ich hab auch 15. Alles gut. Äh, welche Tasse war das? Ich hab mich gefreut, dass du weniger hast. Oh, wie fies. Du freust dich darüber. Ha, wie fies. Du bist ja gerade mein Feind, oder? Ja, das stimmt. Ha, ha, ha. Die Weltherrschaft. Nein. Ich bin in die Lava gefallen. Die Kopfherrschaft. Oh, ich auch. Schlech, 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 schlech. Vor dem Checkpoint. Hier ist kein Checkpoint. Hier ist nirgendwo ein Checkpoint. Oh, da wäre der Checkpoint gewesen. Scheiße. Verschluckt. Scheiße. Scheiße. Das ist ja nicht gut. So. Konzentration. Konzentration, now beginn't. Fuck. Oh, ich bin nur noch ein Kopf. Ich auch, aber das geht ganz gut als Kopf. Oh. Ich wäre mal glücklich, wenn mich das Level nicht dauernd nach Oblivion schicken würde. Aber Oblivion ist voll schön. Ja, schon, aber nicht als Zombie. Echt so. Wow. Ich weiß, wo ich hin muss. Wui. Wow, verdammt. Ich bin abgestürzt. Ich mach hier voll den Quark. Du bist ohne den Quark. Wack, 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 wack. Nein. Oha. Okay, Feuer. Warum? Warum? Das ist viel zu krass hier. Das ist mega krass hier. Das ist alles voller Blut. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Hui. Wow. Ich bin zu blöd für das Level. Ich auch. Aber voll. Ich wiederhole nochmal von vorne. Manchmal bin ich echt so blöd wie in die Nacht dunkel. So sieht es gerade bei mir aus. Ich komme hier nicht am Anfang weiter. Ich bin auf der ersten Plattform und dann will mein Kopf nicht springen. Jetzt will er springen. Dankeschön. Dein Kopf will nicht springen? Hier ist so ein Spaß. Ja, da ist es nicht so gewöhnt. Normalerweise hängt er ja wohl dran. Der Kopf. Ja, immer nur am rumhängen. Aber dann, wenn man was tun soll, dann ist es vorbei und geht nicht mehr. Oh, verdammt. Hui. Oh mein Gott, dass ich das geschafft habe. Das ist ein Wunder. Hast du. Hängen hier immer noch zwischen den Hämmern rum. Ja, die Hälfte habe ich geschafft, aber jetzt habe ich es wieder vergeigt. Dann fängst du zwischen den Hämmern rum. Oh Mann, das ist so schwer hier. Nein. Oh, ich war auf dem Hammer. Wie cool. Okay. Er muss da mit... Achso, nach drüben. Jetzt verstehe ich das. Autsch. Ich bin tot. Oh. Oh super, ich bin einfach mal direkt ins Feuer reingesprungen. Geil. Und noch... Nee. Okay. Ich habe mich noch gerettet. Oh, heftig. Wo ist der Krieg eigentlich? Da. Drüben. Kopf los. Nee, Quatsch. Nur noch als Kopf. So rum. Ich habe es gerade noch so geschafft, bevor ich verbrannt bin. Nein! Hey, das gibt es einfach nicht. Los, Nessi, du musst uns jetzt für uns gewinnen. Für uns alle. Na, das war aber irgendwie nicht richtig. Oh Gott. Was war das denn? Das war ein Versuch zu springen. Oh. Oh. Okay. Hm. 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 Oh, wow. Oh, das ist ja das Ziel. Das ist ja das schon. Voll gut. Voll krass. Oh, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Oh, es leckt mega. Oh, was geht denn? Oh, ich lebe, ich lebe. Na, es leckt. Warum? In den Tod geleckt. Das war... Oh. Das sah so komisch aus. Voll gemein von dem Spiel. Das war wirklich ein bisschen fies. Ich war so knapp dabei. Das ist immer dabei. Aber das war überraschend kurz dann am Ende plötzlich. Ja. Da kam der große Hammer, der harte. Oh. Der wachte dich gar nicht. Nein. Ich bin ja auch nicht, aber das heißt ja nicht, dass er mich gleich so verhandeln muss. Aber echt. Er ist fies. Ei, 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 ei. Ja, ihr Lieben, das war wieder eine super lustige Runde. Wir haben doch noch acht Minuten. Hat mega Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf die restlichen Level. Was? Was? Wir haben doch noch acht Minuten. Was? Ja. Was haben wir? Wir hätten noch Zeit für eine Runde, meint der Chris. Ach so. Was kommt denn als nächstes? Wir müssen uns vorher schon loswerden. Zeig mal. Du hast doch gerade gesagt, eins schaffen wir. Ja, also echt, ey. Ich habe ja nicht erwartet, dass die Darwa-Party so schnell vorbei ist. Ach so. Na gut, dann machen wir noch Wunden Demise. Dann machen wir das. Up and down again in Blades and Blood. Das hört sich doch viel verschreckend an. Danken können wir mir später, liebe Zuschauer. Minecraft Level. Minecraft Level? Keine Ahnung, das sah von oben gerade so aus. Ach so. Ja. Oh Gott. So ein bisschen, ne? Oh krass. Das habt ihr, da sind zumindest, äh... What? Oh, oui. How could this happen to me? Mein Kopf ist ab. I know my mistakes. Oh nein. Ich bin ja nur noch ein Kopf, das ist sehr amüsant. Oh Gott. Ich bin gar nicht mehr gewesen. Das ist ein bisschen gruselig hier mit den... Das Level ist allgemein gruselig. Ich glaube, ich muss mich respawnen. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich nehme an, man muss das hier kaputt machen und deswegen muss ich respawnen, damit wir da rüberkommen. Ach, da drüben. Wir hatten hier schon wieder Kettensäge. Ah. Ja, aber nur um den Weg freizuräumen. Ach so. Das muss man hier scheinbar machen. How could this happen to me? Oh, scheiße, jetzt bin ich nur noch im Kopf. Ach nee, ich kann mich wieder ran. Geil. Was denkst du da eigentlich immer? Hast du dir das gerade überlegt? Nein, das gibt's wirklich. Ach echt? Nur ich kann's nicht weiter als diese zwei Sätze. Boah. Okay. Ach, da drüben ist ein Checkpoint. Ich bin tot. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Cool. Ich bin tot. Ganz tot. Hat mich voll erwischt. Nö, das nö ich, aber... Tot genug. Nein. Oh, verdammt. Oh, ist das Spiel frustrierend. Das ist gerade wirklich frustrierend. Ich hab meine Kettensäge verloren. Ach, so ging das. Oh, das gibt's doch einfach nicht. Vielleicht bin ich erledigt hier. Gleich ist vorbei. Nein, ich bin gerollt. Ich bin gerollt, statt gesprungen. Nein. Wieso tust du das? Nein, ich bin hier durch die Lücke gefallen. Ja, wieso tust du das? Nein, ich weiß auch nicht. Bist du über mich gekommen? Ja. Oh. Wie er hier einfach nur im Tanzen ist. Nein. Oh, nein. Ich hab nur noch sechs Leben. Oh Gott. Oh, super. Jetzt wurde ich auch noch weggekickt. Ja, jetzt fall ich da runter. Ja, da runter. Ist ja klar. Wer stellt sich denn wieder in den Weg? Das geht ja gar nicht hier. Ich war's nicht. Irgendjemand ist gespawnt und damit hat er mich gekillt. Ah. Ich war's nicht. Ja, genau. Ich würde dir sowas doch nie antun. Ach so. Warum sollte ich denn auch? Oh mein Gott, ich hab den Checkpoint. Ich weiß nicht, weil du gewinnen bist. Leute, seht ihr mich? Nein, ich hab mich grad so übel glücklich. Nessi, Nessi, schau nach unten dann gleich, wenn du da rüberkommst. Falls ich da rüberkomme. Ja, schau mal dann in den Hammer, in dieses Triebwerk rein. In dieses Triebwerk? Hier bei dem Hammer. Hier drüben. Oh, ich kann nicht. Bei dem Zahnrad. Oh, ich bin wieder frei. Dankeschön. Was ist denn los mit meinem Zombie? Was geht denn hier ab? Mein Zombie hat einen Epileptischen. Nein, nein, ein Epileptischen. Oh, das gibt's doch einfach nicht. Kennt ihr Karpador? Du auch, oder? Ich weiß auch nicht. Chiba, schau nach hinten, nach hinten, nach hinten. Ah. Kann nicht. Du hast schon wieder ein Dickbutt. Nein, nein. Huh. Oh. Hier drüben, guck mal hier drüben. Ich kann nicht gucken, ich muss springen. Jetzt bin ich tot, hast du toll gemacht. Egal. Ich glaube, das soll ich hier gar nicht drauf, wo ich gerade drauf war. Wahrscheinlich. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich soll hier nicht sein. Ey, das ist das Ziel. Toll. Nee, nee, aber ich bin nicht drin. Das ist weit weg, also. Ich hab's nur gesehen. Das war nicht hier eigentlich. Ja, das war mein letztes Leben. Ich bin tot. Das ist ja traurig. Das ist ja mal tot. Das ist ja traurig. Ich bin auch tot. Nein. Chris, du bist unsere letzte Hoffnung. Warum? Oh Gott. Lebe. Lebe für uns. Ich probiere mein Bestes. Durch dich können wir weiterleben. Ja, du bist raus. So, und was soll ich jetzt hier machen? Jetzt sollst du da runter, ohne dich von den Kugeln erwischen zu lassen. Medizinbälle, oh nein. Oh nein. Medizinbälle. Die sind so böse. Böse, böse Medizinbälle. Böse, 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 böse. Du schaffst das. Komm schon. Vorsicht mit den Bomben da. Du schaffst das. Nein. Vorsicht. Vorsicht mit den Bomben. Hör doch auf damit. Was darfst du nicht machen? Du musst... Da ist ein Fall nach unten. Kann man nach unten, was da ist? Da, da ist... Nein, verdammt das hier. Hau kurz, es happened to me. Da kommst du jetzt nicht mehr hoch. Ich bleibe jetzt einfach hier unten. Ja, das ist falsch. Versuch mal einen Weg. Ich kann nicht da so lange nicht mehr reinlegen. Ja, das ist das letzte Leben. Nein. Du könntest höchstens versuchen, dich hochzuglitschen irgendwie. Ich schaff das. Vielleicht schaffst du das. Öfft deinen Kopf nach oben. Ja. Das wird haben sie es hier. Ja, probier das. Da oben ist doch das Ziel. Wo? Du musst jetzt links. Da durch. Die Zeit. Und von dieser Seite kannst du jetzt da hochschmeißen vielleicht. Wenn du den richtigen Winkel findest. Ich muss erst mal finden, wo es ist. Vorsicht, Medizinball von vorne. Ach, da. Da, ja. Ja, ja, da ist Ziel. Du schaffst das, komm schon. Und dann wirst du jetzt den Kopf hoch. Oh, ich weiß nicht. Der Winkel sieht nicht gut aus. Der Winkel ist nicht gut, nee. Ja, nein. Wie kann ich hier... Wieder aufsetzen, wieder aufsetzen. Ich bin da im Kopf. Wie kann ich das machen? Du musst an deinen Körper ran und dann... An den Netz nah ran und dann nehmen. Die gleiche Taste wie die... Ja, 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 ja. Nein. Ah, ja, ja, ja. Komm schon, 26 Sekunden. Wirf deinen Kopf ins Ziel. Medizin, Chris. Oh, mein Körper. Ja, ich geh halt wieder an deinen Körper ran, du Penner. Vielleicht geht's nicht mehr. Nee, nee, der kriegt sich grad gar nicht mehr. Mein Körper ist angeblich hier drüben. Ja. Hä? Und jetzt seht ihr, was mein Körper macht? Ja, kann ich hier. Deine Kopfe. Ich konnte nichts tun. Oh. Mein Spielpark grad auch und mein Mauszeiger geht nach Oblivion. Ja, siehst du, das hatte ich vorhin auch. Hm. Das ist voll seltsam. Wir sind die ganze Zeit nach oben. Ja, genau. Aber die Winkel war echt noch lustig. Ja, mega. War richtig cool. Aber von oben erinnert mich das Bild wirklich an Minecraft irgendwie. Ja, das ist ja schon, ne? Jetzt funktionieren wir wieder, hä? Dankeschön. Was? Ja, jetzt, wo es vorbei ist, funktioniert es wieder. Ist ja klar. Ja, ist ja klar. Logisch. Ist doch immer so. Doch, schmacken. Ja. Bitte alle Zuschauer unter dem Kommentar hier, Hate für den Mauszeiger. Ja. Alle immer schreiben, Mauszeiger ist blöd. Oh ja, alle schreiben, Mauszeiger ist blöd. Oder Hashtag, Hashtag, ähm, Mauszeiger doof. Ja, Mauszeiger doof. Mauszeiger raus. Ja, das ist gut. Mauszeiger raus. Hashtag Mauszeiger raus. So sieht's aus. Das ist zu lang. Mauszeiger raus. Genau. Das ist gut, kurz und knapp. Finde ich super. Kurz, knapp, knackig. Mauszeiger raus. Banane. Hashtag Banane. Oh, krumme Banane. Oder Obstsalat. Das ist dir wichtig. Dass die Banane krumm ist. Du hast damit angefangen. Ich bin höchstwahrisch wie der ich. Ich hab heute Apfelbrot-Sugar mit Bananbrot. Das ist voll geil. Ja, schmeckt voll. Und vor allem dann der große, starke, harte Hammer. Das war natürlich dann auch noch das Zipfelchen auf dem i. Das Nüpfelchen. Zipfelchen auf dem i. Okay, ich glaube, wir sind durch für heute. Also, es war super lustig. Vielen Dank an euch auch nochmal. Ja. Es macht immer mega Spaß. Und nicht vergessen, Hashtag Mauszeiger raus. Genau, Mauszeiger raus. Das will ich auf Twitter sehen. Das will ich in den Twitter-Trennen sehen. Das wäre krass. Okay, ihr Lieben. Gut, dann vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, ciao. Tschüss.